Hallo Leute, ich muss heute nochmal mit euch über ein Problem sprechen, was mir in Marlin aufgefallen ist und wo ich persönlich jetzt keine Lösung zugefunden habe, weil ich nicht so richtig weiß, wo ich dort ansetzen soll. Und zwar ist es so, dass wenn ich die Linear Advanced aktiviere, dann funktioniert das Filament Load & Unload nicht mehr richtig. Ich habe jetzt auch nicht wirklich gelesen im Marlin Feed, ob dort irgendwo ein offenes Problem noch vorhanden ist für die Bugfix, das weiß ich nicht, ich möchte es aber trotzdem mit euch teilen, weil der ganz einfache Grund, wenn einer von euch das aktiviert und sich wundert, warum dann Filament Unload & Load von der M600 nicht mehr funktioniert, das liegt daran. Also ich habe auch alle Einstellungen einzeln durchprobiert, ich kann das auch gleich nochmal öffnen. Dann könnt ihr selber nochmal mitgucken, was ich meine und dann schauen wir da mal weiter. Dann würde ich sagen, nehme ich euch mal kurz auf den Bildschirm. So, in VS Code angekommen, suchen wir jetzt mal Linear Advanced. Das ist nämlich in der Configuration ADVH. genau hier ist es nämlich, hier haben wir halt Linear Advanced. Dann war ja noch, also meckerte Marlin ja noch wegen diesem S-Kurve. Da gibt es ja hier dieses Experimental Feature. Das habe ich auch probiert, habe das an und aus gemacht. Das hat auch nichts genutzt, habe dann die S-Kurve auch komplett rausgenommen, weil ich Linear Advanced halt ganz gerne gehabt hätte, diesen Advanced K-Wert. weil ich nutze den auf dem Anet und da funktioniert es halt sehr gut mit dem Direct Extruder. Ich habe halt so jetzt mich in der Form belesen, dass es wohl auch sehr gut ist für Bauden Extruder, sogar noch besser fast, weil man halt den Druck an der Düse besser regulieren kann. Aber schade, schade, es funktioniert nicht. Es kann auch sein, dass es an dem Board liegt, dass es nicht funktioniert. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ich habe auch irgendwann nach zweieinhalb Stunden hin und her flashen nicht mehr wirklich die Lust gehabt, da noch weiter zu probieren und habe es dann auch aufgegeben und habe dann halt die Version geflasht, die halt mit dem Filament Load und Unload vernünftig funktioniert hat und habe es dabei dann auch belassen. Ich, keine Ahnung, falls da irgendjemand eine Idee zu hat oder irgendwas zu weiß, bitte in die Kommentare, dann versuche ich das hier einzufügen. Aber ich bin im Moment halt auch auf der Arbeit sehr eingespannt und habe deswegen wenig Zeit, mich da noch einzulesen, weil unsere Tochter möchte halt auch so ein bisschen bespaßt werden abends noch. Und ja, dann bleibt halt irgendwie außer Arbeiten, Schlafen nicht mehr viel übrig, weil ich will halt da auch nicht meine ganze Zeit jetzt hierfür opfern. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ein offener Bug noch vorhanden ist in der Richtung. Das müssen wir halt mal abwarten, außer es kann jetzt jemand konkret sagen, hier pass mal auf, wenn du das und das änderst, dann funktioniert das. Das wäre halt noch die andere Sache. Aber ich weiß halt auch nicht für wie viele Leute das interessant ist, deswegen wollte ich es halt nochmal ganz kurz erwähnen, damit halt auch jeder Bescheid weiß, der es hier aktiviert, dass er hinterher halt Probleme kriegen wird mit dem Filament Load und Unload. Ja, dann würde ich ab hier sagen, bis zum nächsten Video, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.